ja hallo hier ist die feuerwehr was kann ich für euch tun hier die einsatzzentrale der deutschen bahn wir haben wir haben ein ein problem und zwar auf der schiene richtung darmstadt ist etwas hingefallen und es brennt dann müssen wir sofort ausrücken alarm an alle einsatzkräfte los einsatzwagen rausfahren komm weiter geht zum einsatzort sofort bitte löschen löschen aber wir haben hier noch die die eisenbahnstrecke ist noch blockiert wir müssen unseren kran rufen ruft sofort in der einsatzzentrale unseren kran max 7 an das ist ein fall für uns wir sind max 7 los zum einsatzort super was haben wir denn hier vor ja wir müssen natürlich jetzt hier unseren stern an unseren tannenbaum aufmachen damit wir die schienen frei bekommen ja super dann fahren wir jetzt mal hoch weiter ausfahren ja genau direkt an seinen platz stellen super unser stern ist an seinen ort und wir haben wieder alles hervorragend gelöst die bahnstrecke ist wieder frei wir wünschen euch frohe festtage ein schöne weihnachten und merry christmas mit märto ja